und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's in der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einstattet hier zu einer neuen um sie folge ja es stockt du es aber auch hier was ist hier los aber das kommt mir hier irgendwie trotzdem alles so ein bisschen bekannt wo ich hier was ich erinnere mich ganz duster es ich erinnere mich ganz duster ich glaube das war vor einem halben jahr dreiviertel jahr ich glaube da sind hier die lichter ausgegangen auf microhazer tv wenn ich mich so recht entsinne ich glaube ja ich glaube es ist jetzt ein halbes dreiviertel jahr her da sind hier die lichter ausgegangen und jetzt gehen sie wieder an die lichter im busbetriebssimulator sind wieder angegangen mit der neuen firma öPNV simulation ja leute es ist wieder soweit es geht wieder los wir haben eine neue firma bekommen von pdp software an dieser stelle ein großes fettes dankeschön dass ihr uns hier noch mal die chance gibt das ganze hier noch mal auszubessern was wir ja vor einem halben dreiviertel jahr doch ein bisschen versemmelt haben aber unsere firma existierte ja auch auf microhazer tv schon eine relativ lange zeit muss man ja sagen fast über ein jahr hat sich die ganze firma gehalten aber dann verlor so ein bisschen das ganze so seine seine wertigkeiten kann man sagen eigentlich und es wurden immer weniger leute die dann gefahren sind die firma ist dadurch dann halt bankrott gegangen wir hatten ja dazu auch noch ein video gemacht gehabt auf microhazer tv wo ich das ganze gesagt habe dass wir dann insolvent gegangen sind und so weiter und so fort aber jetzt hat phasus mit pdp software ein klein deal ausgehandelt und ja jetzt ist ein neue zeitalter wieder angebrochen im busbetriebssimulator ich werde euch jetzt gleich ein bisschen was berichten wenn ihr den busbetriebssimulator habt könnt ihr euch gerne hier bewerben je mehr desto besser je größer die firma wird und wächst und so weiter desto cooler wird das ganze wenn wir hier später dann die ganzen leitstellen fahrten eventuell zum beispiel abhalten können also das stelle ich mir schon richtig gut vor ja was hat sich hier so getan mit dem busbetriebssimulator eigentlich nicht viel eigentlich ist das ganze wie bisher man kennt das ganze natürlich schon vom busbetriebssimulator ist natürlich ein kostenpflichtiges dlc was ich glaube 25 euro kostet auf 7 und natürlich aber auf der seite von pdp software da könnt ihr das ganze denn dementsprechend auch kaufen es gibt sogar die möglichkeit dass man hier ein freund zum beispiel das spiel ein wenig günstiger um 30 prozent anbieten kann und dann so den freundescode dann halt dementsprechend weiter schicken und dann kann er sich das kaufen für 17 euro ein paar zerquetschte also das finde ich eine coole aktion von pdp software was allerdings neu ist und sind hier die türen hier die kann ich tatsächlich noch gar nicht denn wir haben jetzt hier mittlerweile nur toilette drin das wusste ich gar nicht und da sitzt einer das ist aber nicht fasus und auch nicht rené das ist ein unheimlicher mensch es ist halloween nein nicht ganz keine ahnung haben so eine coole animation gemacht das witzige ist man klar ich als man darf halt nicht hier auf die frauentoilette gehen ja jetzt gehen wir mal hier auf die frauentoilette auch hier sehen wir eine verschlossene tür aber keine füße mysteriös und warum steht hier hinten bitte auf der toilette ein laptop oder ein pc mit monitor tastatur und maus interessant wir können sogar an den computer ran gehen sich gerade aha das ist cool falls fasus hier wieder verband wird dann muss er auf die menschentoilette gehen und dann darf er auf sein computer zugreifen nein es ist wieder so weit also unsere pforten sind wieder geöffnet für alle die lust haben wieder um sie wieder aufleben zu lassen und ein bisschen für eine firma zu fahren habt ihr natürlich jetzt die möglichkeit hier für pnv simulation zu fahren allerdings sind wir gerade ja im aufbau denn das muss man sagen pdp software hat und zwar die firma gestellt hat uns aber keinen einzigen taler da gelassen und dementsprechend mussten wir an unsere eigenen ja gelder ran ich selbst hatte ein paar zerquetschte 8000 oder sowas der rené hatte dann auch noch mal so um die 12.000 gehabt und fast gar nichts das ist natürlich traumhaft und dementsprechend konnten wir uns ganze drei busse leisten erst mal und wir haben die karten aktuell spandau und x10 das werden so wahrscheinlich diese standard karten sein später kommt er nur auch dazu und eventuell noch grefrath das sind so karten und rheinhausen eventuell auch noch das sind so die karten die wahrscheinlich hier bei uns doch einen hohen stellenwert haben da werden wir uns diese karten halt dementsprechend immer so ein bisschen aneignen und ja hier oben haben wir jetzt noch die chefetage da wo denn ja fahr zu sitzen wird und co und das ganze managen wird denn die ganze firma basiert also wird eigentlich gesteuert von phasus hatte gesagt gehabt dass er sich das ganze noch mal zutraut und sich das ganze dementsprechend noch glaubt dass er das ganze schafft ja tut mir leid bei dem ruckeln ich weiß nicht was los ist ich krieg das nicht im gameplay format aufgenommen ist ein bisschen irgendwie schade deswegen dürfte es bei euch jetzt ein bisschen ruckeln ja hier oben haben wir halt auch noch eine andere chefetage und dann können wir jetzt zum beispiel noch raus gehen und da haben wir dann aktuell nur eine eine fahrzeughalle weil mehr brauchen wir aktuell nicht mit drei fahrzeugen und dementsprechend fällt natürlich auch erst mal am anfang so ein bisschen die kosten dementsprechend aus ja also wir haben jetzt erstmal so eingestellt für die ersten sieben tage dass wir mindestens jetzt erstmal fahren müssen fahren müssen fahren müssen damit hier geld reinkommt für neue busse erstmal eine abgabe von 80 prozent ich weiß das ist wirklich wirklich viel aber sobald es geht schauen wir das runter sobald wir halt ein paar busse mehr da haben da seht ihr hinten zum beispiel da ist gerade kollege angekommen das müsste das fahrs ist fahrs ist gerade angekommen genau und die scheffeln jetzt versuchen jetzt geld zu scheffeln damit das ganze jetzt hier weitergeht und dementsprechend wird es bei euch halt auch so sein dass wir erstmal eine abgabe haben von 80 prozent ich weiß es klingt wirklich wirklich viel es ist auch viel aber wir bauen so zusammen als community bauen wir uns jetzt hier unsere firma im busbetriebssimulator auf und das kann einfach nur doch das kann wahrscheinlich ein stolzes projekt werden wenn das ganze nachher denn läuft was kann man noch sagen was kann man noch sagen jetzt bin ich am überlegen so ein bisschen werden wir auch einen discord soweit bereitstellen dass denn ihr mit anderen zum beispiel hier von öPNV wenn ihr fahrt könnt ihr euch auf discord treffen und könnt ihr da natürlich quatschen miteinander und könnt hier so ein bisschen ja ein bisschen was planen zum beispiel auch wir werden auch im discord denn dementsprechend die nächsten leitstellen fahrten planen wir wissen halt noch nicht ob das ganze funktioniert nachher mit den leitstellen fahrten weil die gibt es natürlich weiterhin die wollen wir auch weiterhin natürlich unterstützen cool wäre es jetzt natürlich wenn wir jetzt die leitstellen fahrten damit knüpfen könnten mit dem busbetriebssimulator dass wenn wir uns hier zum beispiel eine fahrt aussuchen wir sie halt immer weiterfahren und weiterfahren und weiterfahren ohne halt immer permanent in die firma wechseln zu müssen dann müssen wir mal gucken ob das ganze funktioniert der hintergedanke an diesem ganzen ist natürlich die vorbereitung für den leitstellen simulator denn ja ihr wisst ja dass der ja nun mal kommt der ist ja auch vom pdp software und da wollen wir das ganze irgendwie miteinander am besten noch sogar verknüpfen ja das ist soweit funktioniert falls wir ja das ist dann zum beispiel der phasis oder meine wenigkeit denn halt im büro sitzt da die leitstellen plant und so weiter ja also das ist halt so ein gesamtbild praktisch ergibt ja also so ein rundum paket das wäre natürlich unser traum wenn das ganze funktioniert mit dem busbetriebssimulator das ja so die zusammenarbeit mit dem busbetriebssimulator natürlich vorhanden ist das wurde ja schon ja betont das wurde auch schon bestätigt halt von pdp software von daher wäre es eigentlich eine ganz coole sache wenn wir das ganze ding hier zum laufen bekommen hier sehen wir zum beispiel die werkstatt wir können hier natürlich unsere fahrzeuge warten und so weiter und so fort es wird wohl so sein wird wohl daraus hinauslaufen dass wir jemanden brauchen der sehr zuverlässig ist halt der sich wirklich auch mit der ganzen thematik busbetriebssimulator halt auskennt dass wir einen weiteren moderator suchen werden der sich aber auch um den discord kümmert soweit also um diese gruppe busbetriebssimulator also falls da irgendwer interesse daran hat der kann gerne mal entweder uns direkt anschreiben auf dem discord oder warte ich blende das mal jetzt hier nochmal ein dann wisst ihr worum es hier geht wo ihr den discord zum beispiel auch findet ja dass ihr dann einfach darauf kommt und dann schreibt hier hallo ja also ich würde das gerne übernehmen ich traue mir das zu und so weiter denn es ist ja halt immer noch so ein bisschen phasisch wieder weg ja wahnsinn was ist meinst ernst äh ja genau falls da irgendwer wie gesagt von euch da interesse wir werden natürlich auch versuchen zu machen und zu tun ihr wisst aber selber ich bin halt ja nun mal doch ein bisschen ne vater frau kind und arbeiten und sowas und dann nehme ich da ja hier die ganze let's play folgen noch auf und so weiter und so fort das kostet natürlich alles ein bisschen zeit weswegen ich hier halt wahrscheinlich nicht jeden tag hier rein gucken kann also wenn ihr eine bewerbung hier zum beispiel abschickt ihr müsst euch jetzt mal bewerben dann wartet da ein paar tage es kann sein dass es nicht jeder hier irgendwie permanent hier auf dem server drauf ist und dann hier mal nachschaut von daher einfach bewerben wir haben jetzt hier den aktuellen rang 1 ja also ihr braucht mindestens rang 1 um euch zu bewerben das ist der niedrigste rang den man haben kann damit gehen wir sicher dass jeder der wirklich hier mitfahren möchte auch mitfahren kann ähm und ja denn wie gesagt fahrten annehmen wir haben hier allerdings habe ich aus meiner alten firma ein bisschen was gelernt dass wir mindestens erwarten können von euch dass ihr zumindest einmal pro woche mindestens eine runde dreht sei es jetzt spannender oder sei es jetzt die kleinste route auf x10 oder sowas damit wir halt nur sehen nicht weil bei uns jetzt das geld jetzt irgendwie oder sowas jetzt wichtig ist sondern damit wir sehen dass nicht zu hoch die die leute abspringen nachher wieder die freuen sich jetzt zwar natürlich ja geil jetzt können sie mitfahren und so und äh dann fahren sie hier zwei drei runden und dann haben sie keine lust mehr und dann haben wir natürlich dann hauptweise tote konnten hier bei uns in der firma und können sie halt nicht mehr einordnen na wer fährt jetzt wer fährt jetzt nicht so wirklich und wen schmeißen wir jetzt raus dementsprechend und machen platz praktisch wieder für neue andere denn was ich ja auch schon gelernt habe von der letzten session ist natürlich dass je mehr Leute drinnen sind der der rang sich immer weiter erhöht ja also das können wir dann halt dementsprechend nicht mehr einstellen und ähm von daher wollen wir halt sicher gehen dass halt auch jeder hier platz findet in der firma wenn er natürlich Bock hat hier geht allerdings das motto je früher desto besser wie gesagt mit level 1 könnt ihr hier direkt einsteigen und dann könnt ihr hier mitfahren für die firma aktuell wie gesagt nur drei busse ich weiß das klingt wirklich wenig wir versuchen natürlich so schnellst wie möglich hier uns hier aufzubauen mehr karten aktuell zu organisieren wie gesagt aktuell ist Spandau und X10 was wir jetzt hier aktuell zu bieten haben wir haben drei busse einmal den Solaris von Altair der wird benötigt hier aktuell wir brauchen den O530 von Altair oder die Hamburger Stadtbusfamilie haben wir hier den C2 das ist der DLC den ihr dann kaufen müsstet wenn ihr diesen noch nicht habt aber das sind eigentlich Busse die hat eigentlich mittlerweile jeder zuhause von daher gehen wir davon aus dass das möglich ist hier einfach mitzufahren ich werde mal gucken dass wir vielleicht noch mindestens einen Standardbus kaufen ja von der Standard Omsi Version dass halt falls jemand nur wirklich Omsi rein Omsi hat die nackte Version mit dem Busbetriebssimulator dass er hier dann trotzdem mitfahren kann ja sonst ja gibt es hier an der Stelle soweit jetzt meiner Meinung nach nichts zu sagen nur soweit dass hier demnächst jetzt dann auch öfter Livestreams wieder zu kommen werden innerhalb des Busbetriebssimulators hier muss ich allerdings sagen ich muss das ganze ein bisschen kompliziert aufnehmen weil ich kriege das Ding nicht als Gameplay Format aufgenommen habt ihr jetzt gerade gesehen hier oben im Büro ja ist auf einmal die Frame Rate einfach komplett abgebrochen und wenn ich das ganze ich spiele ja nun eigentlich ja in 4K und habe ja eigentlich auch keine Probleme damit aber hier im Busbetriebssimulator kann ich das nicht einstellen dass ich selbst in 4K spiele OBS 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 das ganze dann runter praktisch rechnet auf ganz normal Full HD ja um das ganze halt schon aufzunehmen ich muss ja hier keine 4K Videos hochladen und so außer bei bestimmten Projekten natürlich das funktioniert nicht ich kriege den Busbetriebssimulator nicht ausgewählt dass er das praktisch jetzt aufnimmt als Gameplay Format sondern muss das direkt on Desktop aufnehmen und das ist natürlich ein bisschen blöd weil er das ganze dann natürlich in 4K aufnimmt das kann dann sein wenn wir hier die Livestreams machen dass das ganze hier innerhalb der Firma leider ruckelt OBS läuft dann natürlich ja ganz normal wie halt in den Livestreams so bei unseren Leitstellenfahrten halt auch ganz normal und ja da ist dann an der Stelle eigentlich nichts anders ja also das könnte wie gesagt dann halt im Livestream halt ruckeln aber wenn wir dann erstmal in der Leitstellenfahrt sind sind wir in der Leitstellenfahrt so hier seht ihr zum Beispiel denn wir haben jetzt aktuell 13.394 ÖPNV Simulation das ist wie gesagt die Firma die findet ihr unter dem Privaten ja nicht unter öffentlich sondern das ist leider eine private Firma und da bewirbt ihr euch aktuell das ist komisch das wird bei uns hier irgendwie falsch angezeigt wir sind eigentlich drei Mitarbeiter aber ich stehe hier alleine drin warum auch immer René fehlt der ziemlich geil dass René wieder dabei ist weil René war damals schon auf Mike Horzer TV dabei gewesen hier in der Firma und war auch dort meiner Meinung nach auch schon Chef gewesen und jetzt ist er wieder dabei und das ist eigentlich eine coole Sache ja und der Phasus dem die ganze Firma gehört hat ja also das Ganze wenn das geschief geht ist das Ganze auf Phasus Kappe aber wir hoffen dass es diesmal ein bisschen besser läuft alles ja bewerbt ihr euch hier ganz normal ihr müsst jetzt auch keinen großen Text schreiben oder sowas weiß ich nicht schreibt einfach hiermit ich möchte mich gerne hier bei euch bewerben vielleicht eigentlich auch nicht es macht eigentlich keinen Sinn wie lange ihr schon umzuspielen schreibt einfach nur rein ganz normal hiermit bewerbe ich mich hier bei euch fertig ist es ja und dann werdet ihr wahrscheinlich schon direkt angenommen da ist es jetzt nicht wirklich wichtig was da seit den Phasus plant da jetzt natürlich eine andere Sache denn kann das natürlich schon sein weil wie gesagt das geht alles auf seine Kappe und er muss das Ganze so ein bisschen managen und gucken wie das Ganze funktioniert gut Leute ich will euch aber jetzt nicht hier volltexten das ist mal eine etwas andere Omsi Folge aber ich wollte euch natürlich hier das Ganze zeigen ich bin sehr stolz drauf wirklich sehr stolz drauf endlich wieder mit euch gemeinsam hier an einer Firma zu ziehen das könnte ein großes Ding werden wir haben auch auf Discord schon ein kleines Ausschreiben ausgestellt wird das jetzt mittlerweile wenn die Folge jetzt online ist auch soweit schon die Kandidaten ausgewählt sind die basteln für uns jetzt Repaints für die Firma da müssen wir mal gucken ob das Ganze dann funktioniert dass wir das dann umsetzen können und falls ihr dann ja hier bei uns arbeitet bekommt ihr dann die Repaints von uns zugeschickt und dann sind unsere Busse dann ja auch ausgestattet aber wie gesagt das ist noch ein Prozess der dauert jetzt natürlich noch ein bisschen wir können die Leute jetzt natürlich nicht zwingen jetzt die 24-7 hier arbeiten zu lassen also von daher müssen wir mal gucken dass es so in der nächsten Zeit eventuell dann kommt ja und damit würde ich es tatsächlich sagen war es das erstmal soweit hier von unserer BBS Firma wie gesagt jetzt bewerbt euch einfach und dann kommt damit dazu und der nächste Livestream hier mit dem Busbetriebssimulator der wird gigantisch wenn ihr alle dabei seid hier und wir eigentlich einfach alles voll ist aber wir nur drei Busse haben macht Sinn hahaha gut Leute damit verabschiede ich mich hier und hoffe dass wir uns zum nächsten Mal hier wieder sehen denn wieder aber on Tour hier natürlich wieder mit Omsi und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Let's Play hier wieder auf diesem Kanal damit verabschiede ich mich danke fürs Zuschauen tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal tschüss